Moin, liebe HSV-Fans und herzlich willkommen zu Unter der Lupe, der Admiral-Bett-Analyse. Wir sind in Staffel 2 und insgesamt in unserer dritten Folge. Ihr habt es in der letzten Saison schon gefeiert und deswegen machen wir in diesem Jahr weiter und haben natürlich uns ein neues Thema ausgesucht und einen neuen Gast dabei. Erstmal sage ich Moin, Jule. Schön, dass du da bist. Danke, Moin, Daniel. Jule, wir beide sprechen heute über das Flügelspiel des HSV bzw. über die Flügelspieler und deswegen habe ich als allererstes ganz konkret die Frage an dich, was macht für dich einen guten Flügelspieler aus? Es gibt unterschiedliche Typen von Flügelspielern, aber eins haben sie meistens gemeinsam, das ist eine gewisse Geschwindigkeit. Ob das auf Strecke ist oder vielleicht im Antritt, das sei mal dahingestellt, aber eine gewisse Geschwindigkeit, eine gewisse technische Variabilität, auch mit rechts und mit links, die Flanken oder die Bälle zu spielen, das ist so die vehementen Dinge, die ein Flügelspieler haben sollte. Wir haben uns jetzt heute insgesamt vier rausgesucht, zwei aus den Profis, zwei aus dem Nachwuchs. Welche vier hast du uns mitgebracht? Exemplarisch haben wir einfach mal Bakker genommen, der bei uns den rechten Flügel bearbeitet, beackert. Links haben wir Dompeh und ich habe mir noch zwei Spieler rausgesucht aus der Jugend, zwei Top-Talente, die auch auf der Flügelposition, teilweise auch ein bisschen mehr im Zentrum, das echt gut machen. Das ist zum einen Bilal Yacinkaya, der auch bei der U17-WM gerade so ein bisschen für Furore sorgt. Und auf der anderen Seite haben wir noch Fabio Baldé, da werden wir gleich noch ein bisschen, glaube ich, darauf eingehen. Lass uns mal rein starten mit der Nummer 1. Wir sehen es jetzt Jean-Luc Dompeh. Vielleicht kannst du erst mal einsteigen, was ist Jean-Luc für ein Spieler, was zeichnet ihn so ein bisschen aus? Jean-Luc, unser linker Flügel, hat jetzt nicht die große Maximalgeschwindigkeit, aber was ihn so ausmacht, ist natürlich der Antritt, die schnellen Bewegungen, die technischen Feinheiten, die er mit an den Tag bringt, vor allem auch seine Finden und die Zahlen sprechen für ihn. Er hat im letzten Jahr die zweitmeisten Vorlagen auf der Flügelposition in der Liga gegeben, hat die meisten überspielten Verteidiger. Das kann durch Flanken kommen, durch Pässe, aber durch Dribblings, die dann dementsprechend ankommen oder die gewonnen werden, die Dribblings. Und die Offensivaktionen zeigen auch in diesem Jahr, wenn er den Ball hat, dann wird es gefährlich bei ihm. Welche Herausforderung ist es für Gegenspieler gegen Jean-Luc anzutreten, weil man bei ihm ja oft gar nicht weiß, geht es links vorbei, geht es rechts vorbei, wie viele Übersteiger kommen. Ja, genau diese Variabilität. Man weiß bei ihm nicht, das zeigen auch gleich die Szenen, geht er jetzt links an einem vorbei, geht er rechts an einem vorbei, kommt die Flanke, das Abspiel oder schießt er aufs Tor. Und da ist Jean-Luc, glaube ich, so ein bisschen das Angstgespenst vieler Verteidiger, weil durch seine Größe natürlich unheimlich wendig ist und man als größerer Verteidiger dann einfach Probleme hat. Genau, dann würde ich sagen, wir gehen mal rein in die erste Szene. Wir haben jetzt hier SC Paderborn gegen den HSV, 14. der Spieltag vergangene Saison und du kannst gerne mal sagen, was Jean-Luc hier jetzt gut macht. Ich glaube, es endet mit dem Treffer von ihm. Ja, kurz Stopp. Was wir bei Jean-Luc oder auch bei anderen Flügelspielern haben wollen, wir wollen immer ein isoliertes, bestmöglich, ein isoliertes 1 gegen 1 haben. Das wird durch Verlagerungsbälle, vielleicht durch Umschaltaktionen generiert und idealerweise kommen wir ein 1 gegen 1. Es gibt auch, ja, 2 gegen 1 war natürlich super für uns, aber auch ein 1 gegen 2 wollen wir teilweise den Mut haben, dass die Jungs zeigen, hey, wir gehen da rein, wir können das Risiko in der Zone geben und wir trauen uns da was zu, was zu holen. In dem Fall haben wir super ein 1 gegen 1. Der Gegner steht relativ geordnet, tief. Und das ist natürlich auch ein Spiel für Jean-Luc Dompet, weil gegen einen tiefen Gegner in der Box drin, da kann er was generieren. Lass mal weiterlaufen. Genau, Stopp. Wir sehen, er macht durch kleine Bewegungen, ja, gibt ja dem Gegner das Gefühl, okay, jetzt kommt gleich was, aber ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Und jetzt diese Aktion, genau in dem Fall, dass er nach hinten geht und dann sich quasi den Winkel und den Freiraum holt, entweder den Ball auf den zweiten Pfosten zu spielen oder, wie wir es in dem Fall sehen, lass mal weiterlaufen. Genau, den Ball ins lange Eck reinzuspielen. Gute Aktion von ihm. Ganz besonders gefährlich bei ihm wahrscheinlich, entweder kommt der Schuss oder, wenn wir in die nächste Szene schon mal springen, die Vorlage. Wir haben jetzt diese Saison noch gar nicht so lange her, den HSV gegen den 1. FC Magdeburg. Es endet im Assist von Jean-Luc. Ja, ganz kurz zu Beginn. Wir haben jetzt keinen Gegner, der geordnet im letzten Drittel steht, sondern wir haben eine Umschaltaktion. Auch das zeigt, Jean-Luc Dompet ist jetzt nicht nur der Spieler, den wir gegen tiefstehende Gegner brauchen, sondern auch in Umschaltaktionen kann er zu gefährlichen Situationen kommen. Mal weiterlaufen, genau. Läuft dann quasi in die Tiefe, ist jetzt wieder anspielbar und kommt dadurch wieder in eine 1 gegen 1 Situation. Stopp. Jetzt ist die Situation ein bisschen anders. Wir haben keinen so richtig geordneten Gegner. Wir haben hier, die ballferne Seite ist offen. Jetzt gucken wir, was er gleich macht. Genau, die Übersteiger kommen wieder. Er geht diesmal nicht nach innen, sondern Richtung Torauslinie und chipt den Ball auf zwei. Unser ballferner Flügelbacker in diesem Fall, zu dem wir gleich noch kommen, ist da und nickt den 1 a ein. Wie wichtig ist das denn bei Jean-Luc auch, dass da sowohl die Bälle mit Sinks als Vorlage kommen können, als auch eben mit rechts zum Torabschluss? Wie viel unausrechenbarer macht es das dann noch? Ich bin eigentlich gar kein Fan davon, zu sagen, ein Spieler muss rechts und links 1 a sein. Wenn er einen super rechten Fuß hat und kann Dinge links umgehen, dann ist das für mich genauso gut. In dem Fall als Flügelspieler, um variabel zu bleiben, hilft es natürlich, wenn du rechts und links dementsprechend die Chipbälle, die Flankenbälle schlagen kannst. Und da kommen wir auch später zu Backe dazu. Auch da haben wir schon ein bisschen was vorangebracht. Ich würde sagen, wir springen noch mal eine weiter. Wir haben jetzt 21. Spieltag vergangenen Saison. HSV zu Hause gegen Arminia Bielefeld. 1 zu 1 Zwischenstand und dann sehen wir wieder ähnliche Szene mit ihm. Ja, was wir hier gut gemacht haben, wir spielen Dom P quasi frei oder ziehen ihn quasi frei, indem wir hier durchlaufen, einen tiefen Lauf haben. Der Gegner wird so ein bisschen, weiß ich genau, soll ich mich jetzt um, ich glaube, Miro Murheim ist das kümmern oder soll ich doch eher aufpassen, dass Dom P vielleicht nicht ins Zentrum zieht. Was er dann gleich macht, holt sich wieder den Winkel, spielt den Ball diesmal rein, wieder auf den zweiten Pfosten, Ball fern, Flügel läuft ein, top. Also wir haben diese drei Situationen. Wir haben zum einen den Abschluss, den er selbst bringt. Wir haben Grundlinie oder Torauslinie und er chipt ihn quasi auf den zweiten Pfosten. Und wir haben die Flanke mit seinem starken rechten Fuß auch auf den zweiten Pfosten. Der Gegner weiß nicht, was er machen soll. Jetzt zum Abschluss zu Jean-Luc. Letzte Frage zu ihm. Was ist so die Kernkompetenz des Flügelspielers Jean-Luc Dom P, wenn du es einmal kurz zusammenfassen müsstest? Ja, das Dribbling auf engstem Raum, mit Finden gepaart, am guten Ball, guten Ball in die Mitte. Dann würde ich sagen, wir springen einen weiter zum nächsten Spieler. Wir haben jetzt Bilal Yalcinkaya. Vielleicht kannst du auch bei Bilal mal erklären. Ist jetzt dem HSV-Fan vielleicht noch nicht so bekannt, der jetzt nicht in den Jugendbereich schaut. Was sind seine Stärken und was zeichnet Bilal aus? Bilal ist jetzt gerade in der Jugend, was wir oft in der Jugend sehen, er ist so ein bisschen der Überflieger in dem Jahrgang, der 06er und holt sich überall auf dem Feld die Bälle, was er auch soll. Er soll da auch mutig rangehen. Was wiederum der Übertrag für uns ist, das kann er bei uns so im Training nicht durchführen. Aber egal ob Dribbling im Zentrum oder Dribbling auf dem Außen, er ist unheimlich ballsicher, hat ein gewisses Tempo wieder, was er am Tag legt. Und seine Abschlüsse, das zeigen auch die Statistiken hier, sieben Tore, zwei Vorlagen, jetzt in der laufenden U19-Bundesliga, die sind gut. Auch die Statistiken aus dem letzten Jahr geben ihm da recht, dass er als Flügelspieler, oder als offensiver Spieler, der teilweise aus dem Flügel ausweicht, eine richtig gute Torgefahr mitbringt. Das macht es dann schon auch aus. Wir gehen mal rein, erste Szene. Schauen wir uns an, was zeichnet Bilal aus? Wir haben jetzt hier HSV U19 gegen Jena U19. Genau, stopp. Wir haben jetzt hier nicht gleich die Flügelposition. Bilal wurde nicht auf dem Flügel freigespielt, sondern er hat sich quasi im Zentrum angeboten. Merkt aber, wir haben hier viel Wiese. Hier könnte ich quasi in 1 gegen 1 gehen. Was er daraus macht, das sehen wir uns gerne an. Er geht eigentlich erstmal weg vom Tor, was vielleicht nicht der Ideal oder der geradlinige Weg ist, aber durch seine technischen Feinheiten, durch seine Dribbling, enge Ballführung und trotzdem seinen Zug zum Tor schafft er es, in die Box reinzukommen und einen torgefährlichen Abschluss zu generieren. Was war da jetzt so, woher nimmt Bilal sich den Mut? Es geht fast an der Mittellinie los. Er läuft quasi in U bis zum Tor. Woher nimmt er sich diesen Mut und diese Stärke? Zum einen muss es dagegen natürlich auch zulassen. Das gehört auch mit dazu zur Wahrheit. Auf der anderen Seite wird gerade unseren Jugendspielern im Offensivbereich schon auch immer wieder thematisiert, dass sie sich einfach mutig im Offensivbereich verhalten sollen. Wir wollen 1 gegen 1 Situation generieren. Wir üben das tagtäglich im Training, auch im Jugendbereich. Und diese Szenen geben wir uns dann recht. Und wenn hier auf dem Außen im Flügel vielleicht auch der Ball verloren wird, haben wir trotzdem noch viele Kollegen. Hier haben wir die Restfeldabsicherung, die vielleicht ein bisschen näher dran sein sollte, die diesen Fehler wieder wettmachen können. Und das keine Angst vor Fehlern haben, vor allem nicht im Jugendbereich. Wenn man dann trotzdem weitergeht, Bieler ist Jugendspieler ja noch, U19 einige Male sogar auch als Kapitän dort aufgelaufen. Wo liegt für ihn jetzt der nächste Schritt, den er dann machen muss in seinem Spiel? Er muss natürlich jetzt durch die Erfahrung der Spiele und das Training, was er bei uns auch genießen darf, erkennen, in welchen Situationen macht es mehr Sinn, sich diesen Mut zusammenzupacken und in 1 gegen 1 Situationen zu gehen. Er wird es eher schwieriger haben, sich bei uns im Zentrum die Kugel abzuholen und dann einmal, wie du schön gesagt hast, dem U über den Platz zu dribbeln, das geht eher weniger. Er wird eher aus der Flügelposition agieren und dann dementsprechend durch Laufwege sich für den Ball interessant machen und dann ins Dribbling gehen und dann auch entscheiden, nehme ich nur einen mit oder komme ich zum Abschluss. Weil diese Entscheidungsfreude, die kriegt man nur durch Erfahrung hin. Das Ganze können wir uns auch nochmal in der nächsten Szene angucken, da gegen die U19 vom VfL Osnabrück. Wir haben ihn wieder jetzt auf Höhe der Mitteldinie, wo er den Ball bekommt. Wobei in dem Fall ein bisschen mehr am Flügel, kurz Stopp. Wir hätten hier eigentlich eine sehr gute 2 gegen 2 Situation gehabt. Der Kollege hier weiß auch nicht, muss ich jetzt außen zumachen, weil der Pass kommt. Die Tür ist aber dementsprechend offen und da sagt Bieler nicht nein, nehmt das Angebot gerne an. Zieht ins Zentrum und hier ist natürlich, nochmal kurz zurück. Hier der Moment, wir in unserem Spiel würden sagen, oh, wäre ein super Steckball auch ins Zentrum. Macht aber gar nichts, dass er nicht spielt, weil die Abwehr konzentriert sich alle auf den Stürmer, auf den Einlaufenden und der Ballferner Achter ist dementsprechend blank und kann zum Abschluss kommen. Welche Qualität ist das auch, wenn du als Spieler so viele Gegenspieler auf dich ziehst? Gleich hat sich natürlich auch einen Namen gemacht in der 19. Bundesliga als Nationalspieler erst recht. Und jetzt dadurch, dass er bei uns regelmäßig trainiert, wissen auch die Leute hier im Stadion langsam Bescheid. Und das macht auch was mit dem Gegner. Ja, die wissen dann schon, ah, da kann was kommen. Er hat eine Torgefahr, er hat eine Statistik dastehen. Und das hilft dann auch den Mitspielern, ja auch in den Vordergrund zu rücken, weil er einfach ja so ein bisschen die Blicke auf sich zieht. Wir haben bei Jean-Luc eben über den Finden-Spieler gesprochen. Gleiche Frage bei Bilal. Als welchen Spieler, Art Flügelspieler würdest du ihn einstufen? Genau, also Bilal geht in die Richtung. Ja, er ist noch mehr der Zehner. Nur wenn wir auf unser Spielsystem anpassen oder, ja, wenn wir uns übertragen in unser Spielsystem, sehe ich ihn eher als Flügel und glaube auch da, dass er die größten Chancen hat in unserer Idee. Und dass er im Dribbling gut ist, dass er von der Antrittsgeschwindigkeit, von dem, was er auch körperlich mitbringt, in Dompet sehr ähnelt. Das ist außer Frage, ja. Dann lass uns weitergehen zum nächsten Spieler. Und das ist einer, der dann wiederum den HSV-Fans sehr bekannt ist. Bakari Yatta, wir sehen es jetzt schon. Topspeed unter anderem an die 36 kmh. Was ist Bakar für eine Art Flügelspieler? Ja, wir wechseln den Flügel. Wir gehen jetzt hier auf die rechte Seite. Bakar vereint viele Dinge, die wir uns auf die Fahnen schreiben beim HSV. Er ist nicht nur von seinem Topspeed einer, der für schnellen, interessanten, aber auch mutigen Fußball steht, sondern er ist auch mit seinen Dribblings einfach ein Fanliebling. Und auch die Umschaltaktionen, auch die möchte ich hier erwähnt lassen, die gehören für einen Flügelspieler genauso dazu, wie vielleicht für einen defensiven Außenverteidiger. Und da ist Bakar natürlich einer, dem kein Meter zu weit ist. Bakar würde ich als, oder würde ich von außen eine gewisse Art von Einzigartigkeit zusprechen. Was gibt ihm diese gewisse Art? Er ist ja jetzt nicht, würde ich sagen, der Prototyp Flügelspieler. Was macht ihn da aus, diese auch Unberechenbarkeit in seinen Aktionen? Also positive Unberechenbarkeit. Er hat manchmal die ersten Kontakte, die natürlich Wahnsinn sind. Und dann gibt es Aktionen, wo wir sagen, ach, warum hat er jetzt in dem Moment den Ball so leicht hergeschenkt? Nur die Quote ist bei ihm gut. Wir sehen auch hier die Statistiken. Er ist, glaube ich, mit drei Toren momentan auch der gefährlichste Flügelspieler in der zweiten Bundesliga. Also der Output ist gut, nur er könnte, klar, mit einer höheren Quote natürlich die Statistik noch ein bisschen in die Höhe schrauben. Aber auch die Anzahl der Offensivaktionen im letzten Jahr, die wir vorhin auch bei Dom P hatten. Dom P war auf Platz drei, Bakar auf Platz zwei. Also unsere Flügelspieler sind der Statistik, ligaweit, wirklich, wirklich top. Du hast jetzt letztes Jahr schon angesprochen, wir gucken rein. Erste Aktion ist aus dem vergangenen Jahr, Auswärtsspielbarjahr in Regensburg. Bakar ist geheighlighted und dann ist es deine Bühne. Genau, kurz, stopp, was, stopp. Wir haben Ausgangsposition, Ballgewinn, viel grüne Wiese. Und das ist natürlich das, was Bakar liebt. Er kommt mit großen Schritten gleich auf die Kette, auf den gegnerischen Spieler zu. Und dann können wir es mal weiterlaufen lassen. Dann sehen wir auch, wie wichtig Timing in der Situation ist. Die Schritte sind groß. Hier ist die grüne Wiese. Jetzt ist die Frage, in welchem Moment lege ich mir den Ball am Gegenspieler vorbei. Ob der eine Grätsche ansitzt oder nicht, das weiß ich als Angreifer in dem Augenblick nicht. Und wir sehen, wenn wir weiterlaufen lassen, genau jetzt, gutes Timing gewesen. Der Gegner geht zu Boden, er legt sich vorbei, springt drüber und hat quasi das 1 gegen 1 gewonnen. Und jetzt geht es um die nächste Entscheidungsfindung. Und da haben wir mehrere Möglichkeiten. Zum einen hätten wir, wenn der Winkel passt nicht ganz, den Ball in den Rückraum. Was wir aber wollen, wir haben natürlich unseren torgefälligsten Mann ganz vorne, Bobby. Wie kriegen wir Bobby hin, der Torhüter? Das würde Svenne zu analysieren, verteidigt eher das Tor als diesen 5-Meter-Raum. Er lässt quasi die Optionen zu. Weil fern haben wir auch noch Dompey. Das heißt, der Ball vorne rum ist genau die richtige Entscheidung. Können wir kurz laufen lassen. Ja, Entscheidung war richtig, dass es am Ende nicht ganz klappt. Ja, es sind Zentimeter. Wenn man das so sieht, in welchen Passagen des Spiels oder auf welchem Feld auf dem Spielfeld hat Baka seine Stärken oder kann Baka seine Stärken am besten ausspielen? Auch da ist er variabler geworden. Natürlich die perfekten Situationen bei ihm sind die in Umschaltsituationen. Wenn wir einen Ballgewinn haben, egal ob es jetzt in der gegnerischen Hälfte ist oder vielleicht in unserem Drittel. Ich würde sagen, je größer die Wiese dahinter ist, je mehr Spielraum er da hinten hat, desto gefährlicher wird Baka. Und mit seinen großen Schritten, mit seiner Max-Speed, die Richtung 36 kmh geht und die ist Top 10 in der 2. Bundesliga, ist er auch sehr gefürchtet dann in der 2. Liga. Ja, passendes Beispiel dazu ist die nächste Szene. HSV gegen Hannover 96, vergangene Saison. Ja, kurz Stopp. Ist jetzt nicht eine perfekte Umschaltsituation. Wir haben einen Gegner, der mit 4er Kette und 3 davor relativ geordnet ist. Wir haben jetzt Baka, der die Tiefe anreißt. Er hat quasi die Möglichkeit angespielt zu werden, merkt aber, dass der Ball nicht kommt, kommt wieder raus, hat wieder die grüne Wiese dahinter. Wie kommt er da hin? Durchs Spielen gehen. Er lässt den Ball klatschen, geht wieder in die Tiefe und kann jetzt im ersten Kontakt einen Early-Cross vorne rein spielen. Wir haben Bobby wieder im Zentrum und Top-Flanke, Top-Verwertung. So wünschen wir uns das. Du sprichst es an und was bei Baka auch zugelegt hat, ist die Torgefährlichkeit über die vergangenen Jahre. Wie könnt ihr erstmal allgemein beschreiben, wie arbeitet ihr da mit ihm und woran arbeitet ihr da mit ihm? Wir versuchen natürlich aus Baka diese Variabilität herauszuholen, die wir uns vom Flügelspieler wünschen. Jetzt haben wir zwei Optionen gesehen. Wir haben einmal die Umschaltsituation gesehen, das große Tempo-Drippling mit dem Ball quasi vorn im Tor rum. Hier haben wir eigentlich gegen den geordneten Gegner, den Early-Cross, da ist ein bisschen mehr Platz auch in der Box selbst gewesen. Jetzt, wie kommen wir da hin, dass er auch Torgefahr von sich aus ausstrahlt. Der rechte Fuß, den haben wir gesehen, der funktioniert ganz gut. In den letzten Monaten oder auch in den letzten zweieinhalb Jahren eigentlich haben wir schon bei Baka auch am linken Fuß gearbeitet. Immer wieder nach dem offiziellen Training haben wir uns die Offensivspieler zugeholt, vor allem dann auch Baka, und haben genau an der Sache trainiert, dass er auch mit links quasi zu Chancen kommt auf der rechten Seite. Ja, weil mit rechts ist der Winkel zum Abschließen meistens sehr spitz. Nur wenn er den Ball nach innen legt, das haben wir vorhin bei Dompet gesehen, kommt er auch zu Möglichkeiten. Das können wir uns jetzt direkt einmal anschauen, wie ihr miteinander gearbeitet habt. Ja, wir haben hier eine Torschussübung, ein bisschen aufgeteilt. Wir haben die zentralen Spitzen mit Bobby und Andrasch in dem Fall im Zentrum, haben noch acht da hinten dran, haben den linken und rechten Flügel besetzt. Gehighlighted ist hier Baka vom Aufbau her. Er kommt so ein bisschen von Edge of the Box, das heißt von der Ecke des 16-Meter-Raums. Wir haben durch die Manneken, die wir da reingestellt haben, einfach so ein bisschen versucht, den Gegner zu imitieren. Und es geht darum, diese Bewegung zu haben, ja, ich bin auf der rechten Seite und das, was wir vorhin bei Dompet gesehen haben, dass er sich so ein bisschen den Winkel holt, auch das wollten wir bei Baka so ein bisschen ins Repertoire mit reinholen. Kannst du mal laufen lassen. Hier wird quasi aus dem Zentrum angespielt, dribbelt einen Gegner an, legt ihn sich nach innen und hat dann den linken Fuß und quasi das lange Eck frei. Das ist natürlich ein Training, ohne wirklichen Gegnerdruck. Sieht es relativ simpel aus. Den Mut dann zu besitzen, das auch im Spiel zu machen, ist natürlich noch was anderes. Genau, wir haben jetzt Gegner mit dabei, auch im Training. Ja, hier ist eine Spielform. Kurz zur Erklärung, wir haben sechs lilane, sechs blaue und sechs orangene Spieler jeweils, also drei Mannschaften auf vier Toren. Es geht um so eine gewisse Ballhalteform. Eine Mannschaft versucht den Ball immer zu erobern. Wenn sie diesen erobert, hat sie nochmal zwei Tore, auf die sie quasi kontern kann. Wenn die beiden Mannschaften, die im Ballbesitz sind, es schaffen, einmal den Flügel zu wechseln, dann dürfen sie auf die beiden Kopftore gehen. In dem Fall sehen wir eine Verlagerung. Können wir mal laufen lassen. Eine Verlagerung. Baka wird ins Zentrum angespielt. Der Gegenspieler kommt. Wir haben genau die Situation, die wir gerade eben im Training versucht haben nachzustellen. Der Gegner kommt. Jetzt ist die Frage, alle Rechte mit dem Ball vorne rum. Was macht Baka? Er legt mit einem großen Schritt nach innen und spielt mit links ins lange Eck. Und ich glaube, so die Szene, wie wir sie im Training gerade gesehen haben, ich glaube, die kennen wir irgendwo her. Wenn wir jetzt auch nochmal reinschauen, Heidenheim gegen den HSV im vergangenen Winter. Ja, wer sich erinnert, Wahnsinnsspiel. Nach 0-3 zur Halbzeit. Baka in der 88. Minute. Genau die Geschichte, die wir im Training hatten. Mehrmals legten sich nach innen, spielt mit links ins lange Eck, driften super. Und die Emotionen, die sieht man, glaube ich, noch hier im Vordergrund. Die waren damals phänomenal. Und dann natürlich auch für euch das Optimalbeispiel aus dem Training ins Spiel implementiert. So soll es wahrscheinlich sein für euch. Es funktioniert leider nicht immer so. Auch das müssen wir uns zugestehen. Aber wir sehen, wenn wir hart daran arbeiten, wenn wir auch nicht aufgeben und immer wieder bei den gleichen Themen auch bleiben, auch wiederholen, dann merken die Jungs, ja, das lohnt sich irgendwann. Dann auch bei Baka hat der Abschluss. Einmal zusammenfassend, Baka, welche Art von Flügelspieler steckt dahinter? Ja, eher der Tempo-Dribbler mit den großen Schritten, der ein bisschen grüne Wiese vor sich braucht, um im Tempo-Dribbling auf seinen Gegner zuzugehen. Aber auch da die Variabilität, dass der Gegner nicht weiß, kommt jetzt die Flanke, kommt der Early-Cross oder vielleicht der Ball auf dem linken Fuß und der Abschluss. Dann schauen wir rein auf den letzten, den du uns mitgebracht hast, Fabio Baldé. Kannst du vielleicht auch erst mal, auch U19-Spieler, vielleicht du auch erst mal, welches Spielerprofil ist Fabio Baldé oder bildet Fabio Baldé? Fabio ist ein Jahr älter als Bilal, ist 0,5er Jahrgang, spielt die meiste Zeit bei der U19, durfte aber jetzt auch schon bei der U21 mit reinschnuppern, war auch schon mehrmals bei uns im Training und was Fabio vor allem auszeichnet, ist diese Wahnsinn-Geschwindigkeit. Wir sehen es hier unten, er ist der einzige Spieler bei uns im NLZ, der es wirklich schafft, über 36 kmh zu kommen. Das schafft nicht mal Bacca. Er ist im Vergleich zu Bilal vielleicht eher der klassische Flügelspieler, der durch Flanken besticht, weniger der Vollstrecker, aber auch er ist der Dribbler, hat eine feine Technik und das gepaart mit Tempo, das macht eine gute Mischung. Können wir uns auch direkt ansehen, HSV gegen Werder Bremen U19. War ein Superspiel von unserer U19. Wir haben hier quasi eine 3 gegen 3 oder vielleicht sogar 5 gegen 4 Situation am Flügel. Nur die gegnerische Abwehrkette ist nicht so gestaffelt, dass man sagen kann, wir hätten hier keinen Raum zu bespielen. Fabio könnte dem Ball in die Tiefe passen, aber er weiß auch, durch seine Geschwindigkeit, durch seinen Antritt, den er auch hat, kann er diesen Raum belaufen, was er draus macht, das sehen wir gleich. Er legt ihn sich klassisch vorbei, kurz Stopp. Jetzt ist eigentlich schon der Moment, wo er sagen würde, okay, vielleicht doch einen Tick zu weit nach vorne gelegt, der Gegenspieler ist da. Durch seine technische Beschlagenheit aber, kann er den Ball doch im Winkel ein bisschen mitnehmen, umkurvt den Gegenspieler und hat jetzt das Auge frei für den gut postierten Neuner, der nur noch einschieben muss. Auch da bei ihm die Frage, was hebt ihn in solchen Situationen eben auch von anderen Spielern auf dieser Position ab? Bei ihm ist so die Mischung aus einem super Antritt. Er ist körperlich schon sehr, sehr weit, ein wahres Muskelpaket, der nicht nur den Antritt schnell hat, sondern auch auf Strecke schnell ist und dann dementsprechend die technische Feinheit, die man gerade eben gesehen hat, auch unter Gegnerdruck vorbeizukommen, das macht Fabio echt gut. Ich würde sagen, gucken wir auch noch mal eine Szene weiter. Nochmal HSV gegen Jena U19. Verlagerungsball, ich glaube sogar vom Torwart war das in dem Fall. Jetzt kommt es natürlich auf den ersten Kontakt drauf an. In dem Fall ist der erste Kontakt gar nicht so ideal, dass er jetzt offen zum gegnerischen Tor steht und den Ball nach vorne nimmt. Er dopt einmal auf, macht es aber technisch fein, überspielt ihn und hat jetzt, kurz Stopp, wieder die Möglichkeit, über die Fläche, die er frei hat, durch die Kette und seinem Tempo, einfach in den torgefälligen Raum zu kommen. Was er daraus macht, das sehen wir jetzt wieder, genau, hier kommt der Raum, in den er einläuft und das, was wir vorhin gesehen haben, woran wir vielleicht auch noch arbeiten müssen. Er ist der Vorlagengeber, er hat da eine gute Quote, er muss mehr zu Abschlüssen kommen wie in diesem Fall, nur da können wir noch ein bisschen an seiner Torgefahr arbeiten. Aber dass er da hinkommt, in der Situation, das ist der wichtigste Schritt und das macht Fabio gut. Deswegen noch bei Fabio zum Abschluss, auch einmal da, Charakteristik Flügelspieler, welche Art ist er? Ja, er kommt eher so in Richtung Bacca, der über sein Tempo, über große Strecken, mit viel grüner Wiese, in den torgefährlichen Raum kommt. Aber auch hier arbeiten wir an der Variabilität, dass er nicht nur der Vorlagengeber durchflanken wird, sondern dass er auch selbst zum Abschluss kommt und was gibt es Schönes als selbst Tore schießen. Dann würde ich sagen, einmal ganz zum Abschluss, letzte Frage, wie wichtig ist es für euch als Trainerteam, um eben wie schön auch diese vier ganz verschiedenen Arten von Flügelspielern zu haben, wie wichtig ist das auch für eine Mannschaft und ein Mannschaftsgefüge? Zum einen macht es unheimlich Spaß, wenn wir nur die eine Art von Typ hätten, dann wären wir leicht ausrechenbar. Das heißt, es gibt uns auch als Mannschaft eine gewisse Variabilität, ob wir über rechts oder über links spielen. Und da möchte ich auch Levin Ossinale und Ransford Königsdorfer hervorheben. Auch die bringen Attribute mit, die für unser Flügelspiel unheimlich wichtig sind und zu unterschiedlichen Zeiten im Spiel uns auch vielleicht unberechenbarer machen. Und was gibt es Schöneres als einen Flügelspieler, der zum einen torgefährliche Situationen durch Flanken generiert, aber auch selbst zum Abschluss kommt. Also gute Geschichte. Inwiefern ergänzt sich das dann auch untereinander? Ja, super. Also wir haben unterschiedliche Typen und diese Kombination, dass wir uns quasi auch vor dem Spiel Gedanken machen können, was brauchen wir heute vielleicht für Typen, was ist mehr gefragt, was spricht vielleicht auch ein bisschen gegen oder in dem Fall, wie können wir gegen den Gegner am besten zu torgefährlichen Chancen kommen. Das macht es uns, der Arbeit, leichter. Und der Erfolg ist natürlich dementsprechend dann noch höher, als hätten wir nur den einen Typ von Flügelspielern. Sehr gut. Dann danke dir, Jule, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast und uns hier mitgenommen hast. Und dann danke euch auch zu Hause, dass ihr eingeschaltet habt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns hier an Ort und Stelle in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, bleibt am Ball und denkt dran, nur der HSV. Und dann sehen wir uns hier an.